Das kann man mir vorstellen. Das war also die... Spitze! Was denn du gerade jetzt telefoniert? Das ist der ganze Eis, eh da irgendwo. Was du gerade jetzt... Ruhe! Ruhe! Also Karl, ich freue mich für dich. Also, Spitze. Was sagt er denn? Nichts. Entschuldigung, was ist denn? Das ist nämlich eine Sie. Ah, ehrlich an, gib her, gib her. Nein! Nein! Nein, Entschuldigung. Was gehört es denn? Es geht um folgendes. Ich habe nämlich vor allen auf den Zug schaut und habe zu mir gesagt, dass du, also der Herr Malk, unbedingt nach Hollywood gehen solltest. Was? Du solltest nach Hollywood gehen, ja? Oh, ja du, hier steht vor, jetzt habe ich die goldene Kamera, goldene Rose und jetzt nach Hollywood auch noch. Aber nie mehr zurückkommen. Gut, ja. 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 Gut, ja.